Hallo liebe Freunde, Ballrause im Wald, meine erste Tüfte aus dem Winter. Schau euch! Hier sollen sie fallen. Seilwinde in Aktion. Fällen sehr wegen Wasser. Jetzt fällen wir den. Hier in meiner Tasche. Fällensteuer und Seilwinde. Da kann ich sägen und gleichfalls ziehen, ohne dass ich zum Traktor laufen muss. Die erste wichtige Fälle. Die erste wichtige Fälle. Und es ist eigentlich sehr schön im Wald. Da ist der Halsi. Mit seiner Motorsäge. Mit seiner Seilwinde. Mit dem Traktor. Und sonst ist niemand hier. Allein. Kein Mensch zu sehen. Wunderbar. Allein. Allein.